hey leute herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo und zwar geht es um nes remix 2 ich werde nes remix 2 wieder abbrechen heißt meine ersten beiden projekte sind abgebrochene projekte eigentlich wollte ich es weiterführen aber dann wäre es ohne ja ohne facecam jetzt erkläre ich euch auch warum und zwar liegt es daran dass ich meine let's plays jetzt so mache dass sie von anfang an synchronisiert werden aber dann wird auch nur eine tonspur von mir synchronisiert mit dem mit dem gameplay und heißt dass meine videos nicht mehr bearbeiten das spart sehr viel zeit und ich kann auch dadurch sehr viel mehr hochladen aber durch facecam aufnahmen muss ich halt immer noch alles synchronisieren und das dauert wie gesagt eine ganze weile und ich habe mir überlegt damit mir alles noch ein bisschen angenehmer gemacht wird werde ich jetzt nes remix 2 einfach abbrechen damit ihr wisst ich habe schon bis part 18 aufgenommen heißt die audio und video datei sind alle auf meinem rechner aber die enden die beendeten let's plays also die ganzen beendeten parts die sind alle nicht vorhanden dadurch nicht gerendet habe ich werde jetzt part 7 8 ja 7 und 8 muss ich von mario kart 8 noch bearbeiten bis zu vier stunden um sowas zu bearbeiten aber das ist ja das hält man aus bei zwei parts heißt bei part 9 und 10 das ist ein together wird es dann auch keine facecam geben aber ich habe die beiden parts schon fertig ich habe auch part 3 4 5 und 6 9 und 10 habe ich alle schon auf meinem rechner könnte ich theoretisch schon hochladen aber es wäre eine komische lücke da wenn 34 halt fehlen würden was ich alles noch nicht hochgeladen habe kommt demnächst versprochen ist versprochen wird nicht gebrochen ich finde es irgendwie blöd dass ich die beiden ersten projekte abgebrochen habe aber danach kommen projekte die werde ich ganz sicherlich voll zocken weil ja weil ich halt einfach nicht mehr so lange brauche fürs ändern und auch mich auf schulische sachen konzentrieren das war es auch schon wieder von mir ich wollte einfach nur mal sagen was jetzt mit ns remix 2 passieren wird ähm ja wie gesagt so wichtige ankündigungen werde ich in einzelnen videos machen für andere ankündigungen die mir dann durchs hirn wandern werde ich wahrscheinlich was im mario kart part sagen oder was auch immer und waker hd startet demnächst ähm nächste woche wahrscheinlich schon weil ich ja ns remix 2 abbrechen werde danke fürs zuhören freunde diesen pop schutz hier den habe ich von meinem kleinen bruder nochmal danke an ihn ähm ja den pop schutz habe ich von könig und meyer steht hier auf dem mikrofon könig und meyer es ist ähm aus dem kleinen laden in konstanz ok leute danke fürs zusehen und ich hoffe der abschied von äh ns remix 2 fällt nicht allzu schwer viele haben gesagt sie haben es nicht gefeiert und wir sehen uns einander mal zusehen jetzt We'll give our planet to the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions Of the world Of the world We will值 the dragons Oh Eh